Mit der Handlauf benutzen, ne? Das ist die Existenz hier. Und nicht, dass ich mir über das Kabel stolp. Oh, ne Waffe an sich. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Was werden wir uns ansehen, und das werden wir uns ansehen in Kleingruppen. Nur Betriebsräte, nur Schwerbehindertenvertretungen, die zum Teil auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind. Nur die Personalrätinnen und Personalräte. Und dann werden wir eine große gemeinsame Gedankenlandkarte machen. Was sind die aktuellen Trends und Herausforderungen in Bezug auf Mitgestaltung. Und dann werden wir in das Jahr 2020 treten. Alles funktioniert wunderbar. Und wir werden uns überlegen, wie diese Visionen aussehen. Was werden wir nicht mit dem dritten Punktig. Das ist einiges von einem Gerät der Windhofen in der iter generierten Landkreuz. Und dann wird das Jahr 2020 dort befindet. Und dann wird das Jahr 2020 untertitelt. Das war die erste Rollstuhlze. Die Neue dúde. Die Neue vierte. Die Neue 3. Die Neue-Vente. Die Neue-Vente. Die Neue-Vente. Die Neue-Vente. Die Neue-Vente. Die Neue-Vente. Trends, die dort genannt sind, müsst ihr mir halt sagen, auf der rechten Tafel oder auf der linken Tafel. Bis zum nächsten Mal.